Ach, wie abgefahren. Da rollt was hin und her. Schminken oder in dem, ab 50 soll man sich nicht mehr mit Glow, ja. Ach Leute, macht doch das, wie ihr wollt, wie ihr lustig seid. Das ist euer Leben, ihr habt nur das eine Leben. Haut euch drauf, was ihr draufhauen möchtet. Oder nicht, wie auch immer. That's your life, ja. Hat kein anderer das Recht, drüber zu bestimmen oder zu sagen, wie ihr was zu machen habt. Danke dir, Lianne, dass du mir am Anfang des Videos wieder mal einen totalen Heulflash-Moment beschert hast. Es ist soweit. Ich packe mein Päckchen von Lianne aus. Ihr hört mich atmen. Es ist einfach dem geschuldet, es sollte eigentlich ein Weihnachtspäckchen werden. Dann konnte Lianne selber es aber auch erst später schicken. Ja, und irgendwie habe ich es nicht geschafft, es auszupacken. Aber gar nicht mal zeitlich. Da war auch viel, also oft ein Sonntag, wo es nicht geklappt hat, dass ich auspacken konnte. Ja, aber es war auch irgendwie, ich habe das so vor mich her geschoben, weil ich glaube, dass es das letzte Paket ist, was ich so in der Art von Lianne bekomme. Nicht, weil wir irgendwie Streit haben, überhaupt nicht. Ihr kennt Lianne ja als eine meiner Eskalations-Abonnentinnen, neben der lieben Biber und auch noch so ganz anderen. Aber Lianne ist so, ich denke immer wieder an dieses fulminante Weihnachts-Dreiteiler-Paket zurück. Und sie ist halt doch schon eine ganz besondere, auch in meiner Abonnentengruppe war sie, aber sie musste sich halt dort jetzt auch beruflich verabschieden. Also wie gesagt, wir haben überhaupt keinen Streit, bevor das jetzt vermutet wird. Nein, wir schreiben auch immer noch privat miteinander. Aber sie hat halt auch nicht mehr ganz so viele Pakete wie früher und dementsprechend ist dann auch weniger und ist ja auch egal. Also auf jeden Fall glaube ich halt zumindest, es war so mein letztes Paket von ihr und deswegen habe ich mir so schwer damit getan, es auszupacken. Aber wir legen jetzt los. Hallo 2023, endlich Zeit für neue Wunder. Und dann hat sie mir hinten etwas draufgeschrieben, was ich diesmal nicht vorlese. Einfach nur, ich drücke dich und schicke dir ganz viel Liebe, Lianne. Bleib immer wie du bist, denn genauso bist du großartig. Also ihr seht, wir haben wirklich kein Problem miteinander. Und ich packe jetzt voller Herzen dieses Paket aus und wir legen los. Direkt als erstes. Futter für Mutter. Ja, sie kennt diese Reihe von mir und ja, für mich ist es immer etwas schwieriger geworden, weil ihr habt ja so mitbekommen, der eine oder andere, ich möchte mich ja im Moment an so einem Essensplan halten wegen meinem stillen Reflux. Und dann ist es schon schwieriger geworden, so einfach mal die Gerichte zu machen, wie ich sie sonst gemacht habe. Aber ich habe ja immer noch einen Mann, der das ist. Und ich bin nur die, die jetzt kocht. Von daher kriegen wir das schon hin. Ich habe tatsächlich wieder ein Futterpaket. Oh, wie cool. Ja, da überlege ich jetzt gerade aber glatt. Ja, doch, oh, wie cool, doch. Doch, nee, das mache ich tatsächlich, glaube ich, als eine separate Lien Essensballbox. Obwohl, dann passt das jetzt nicht zu meiner langen Vorrede, gerade letztes Paket von Lien, ne? Nein, wir machen es einfach, wir holen es raus. Beziehungsweise, ich mache es wieder ganz anders. Ja, ha, piepsmonster. Oh, das ist schon wieder so cool. Ich lege das beiseite. Das packe ich separat aus. Wirklich, das packe ich separat aus. Für Futter für Mutter. Und entschuldigt, wenn ich jetzt hier so wackele, aber kriegen wir irgendwie schon hin. Weil ich weiß, dass ich hier noch genügend andere Pakete habe. Ja, also ich lasse euch mal so ein Blick da reinwerfen in den Karton, den ich mir hier hingestellt habe. Also da ist noch so einiges drin. Und deswegen packen wir das jetzt mal, glaube ich, einfach zuerst aus. Und wenn dann noch die Zeit es übrig lässt, dann mache ich auch noch das Futter für Mutter. So, eine Marke aus Großbritannien zum weiteren Austesten. Das ist das, was ich so an ihren Sachen geliebt habe. Weil die hat Marken gehabt, herrlich. Sowohl Marken aus Ländern, wo ich mich herbeziehe. Und vor allen Dingen auch, ähm, vor allen Dingen auch, ähm, boah, ich bin. Das fällt mir echt schwer, merkt ihr das? Gott, ist das bescheuert. Aber es ist so richtig ein innerer Kampf gerade. Ich kämpfe mit mir. So, also, ähm, Arken, die ich so nicht beziehen würde, weil ich sie überhaupt nicht kenne. Ähm, weil ich mir oft nicht traue, irgendwie so aus England oder USA zu bestellen. Ich bin da so ein richtiger Schisser. Ähm, und das Letzte, äh, weil ich oftmals ich mir das einfach nicht leisten kann. Punkt. Sofort jetzt wieder heißen, ich meckere, da würde ich kein Geld haben. Nein, das hat da gar nichts mit zu tun. Sondern jeder hat ja so seine Prioritäten, wo er Dinge, äh, Geld für, oh, was ist das denn? Geld für ausgibt. Mei, oh, ist das eine coole Tasche. Äh, und ganz vergessen, entschuldigt, natürlich, ich liebe Elsa und, äh, Anna und, äh, und Olaf und, äh, wie sie alle heißen. Eiskönigin. 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 Katrin, willst du einen Schneemann mit mir bauen? Das war jetzt ein Insider. So, Leute, eine mega coole Tasche. Wahrscheinlich irgendeiner von euch erkennt es sofort. Ich nicht. Aber die liebe, die Anne weiß, dass ich solche Taschen liebe. Die kann man, da kann man alles reinpacken. Die sind super für unterwegs. Das ist auch noch eine richtig stabile. Genial. Was ist das? Das ist Spektrum? Ach, du heilige Schande. Das ist Spektrum. Oh, mein Gott, du haust direkt schon wieder sowas raus. Ähm, ach so, doch, da fällt mir ja gerade noch was ein. Doch, ich muss wohl noch was aus der Karte sagen, damit ihr versteht, warum ich eben die Vorrede gehalten habe. Sie es als eines zu allen verpassten Anlässen. Geburtstag, Nikolaus, Weihnachten. Deswegen war ich davon ausgegangen, es kommt nichts mehr. So, also, Spektrum-Pinsel. Die schafft es immer wieder. Immer wieder schafft dieses Mädel es mich komfus zu machen. Wie geht denn das jetzt hier überhaupt auspacken? Das guckt sich jetzt wieder kein Mensch an, so komfus wie ich bin. Die zwei sind jetzt alleine, aber das macht nichts. Ich hoffe, das war richtig, dass ich das jetzt aufschneiden muss. Aber ich kriege das sonst nicht runter. Spektrum-Pinsel. Das erste Päckchen, wenn ich auspacke und schon weg drum. Das war das, was ich meinte. Das ist einfach unfassbar. Also, so schaut es aus. Ein Pinsel-Tischchen. Und noch irgendwas scheinbar mit dabei. Och, oh Gott, und auch noch eine Schlafmaske. Was ist denn das für ein cooles Set? Ich kriege es nicht raus, aber es ist ein cooles Set. Ihr müsst euch jetzt leider mit mir durch. Es tut mir leid, wirklich. Irene, hör auf, jetzt tausendmal zu sagen, es tut dir leid. Ach ja, ich schimpfe. Ich kann auch nichts dafür, wenn das so kompliziert verpackt ist. So, eine Flight Mood. Ja, ich komme jetzt zum Fliegen. Aber, oh, ist die pushig. Oh, guck mal. Und hier so eine dicke Marke. Perfekt für meine Mietern. Ja, und die sind natürlich super. Ja, es ist Spektrum. Es ist Pinky. Spektrum Nummer B06, A28 und A12. Spektrumpinsel. Ja, klar. Ja, eine meiner Lieblingspinsel sind die grünen Spektrumpinsel, die ich an Claudia mal bekommen hatte. Die sind auch super viel in Benutzung. Genietlich gemacht, ne? Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, wieder tausendmal sehr schön. Genau. Leute, am besten macht ihr direkt ein Trinkspiel draus, ja? Stellt euch Wasser hier in eine ganze Karaffe, ne? Zwei Liter Karaffe. Oder zwei Liter Rotwein. Was weiß ich. Ja? Und dann hauwäsch. Immer wenn ich sage, oh, wie schön. Alice in Wunderland? Das ist das, was ich meine. Woher? Wieso? Ich kriege da nie was von mit. Guck mal, da ist dann ein Pinsel drin. Aber was? Oh, was? Wie mega cool. Oh Gott. Wie cool ist der bitte? Ich lasse mich sofort dran teilhaben. The Way to Wonderland. Wie cool ist das bitte? Meine Güte. Meine Güte. Er schlüsselt. Gott, ist der schön. Ja klar, du brauchst den Schlüssel. Oh mein Gott, also den werde ich doch nie benutzen. Ich will nur mal eben gucken, wie weich der ist. Aber gibt es auch einen Trick, den runterzukriegen? Ich kriege den Pinsel noch nichtmals runter. Wie kriege ich die Kappe denn runter? Also, gibt es da einen Trick, damit ich die runterkriege? Jetzt drehen. Klar, Irene, wie man einen Schlüssel dreht. Dann geht es auch runter. Ihr habt gesehen, mit welcher Kraft ich gezogen hatte. Ja, ein relativ festgebundener. Aber ganz ehrlich, den werde ich doch nie benutzen. So, jetzt muss ich wieder gucken, wenn ich ihn ordnungsgemäß reinkriege. Das war jetzt eine tolle Idee, Irene. Ohne, dass du die jetzt irgendwie verbrichst, abbrichst oder sonst was. Ich kriege das hin, Leute. Moment. So, Leute, das war jetzt gerade eine halbe Operation am offenen Herzen, so ungefähr. Ich musste meinen Mann dazu holen, damit der das dann schön immer zusammengedrückt hat mit zwei Fingern. Und ich dann von oben das dann da reingeschoben habe. Also wirklich, Tipp, wenn irgendjemand diesen Pinsel hat, zieht den Stopfen nicht ab. Es sei denn, ihr habt vor, den zu benutzen. Aber ansonsten macht es nicht. Ihr holt euch da einen Zacken aus der Krone. Aber ein cooler Pinsel. Superschön zum Hinstellen. Erst recht für alle Disney-Fans. Super. Mega, mega schön. So, und das hört aber ja noch nicht auf. Hier haben wir noch ein Spektrum-Täschchen. Liane, wirklich allein das hätte doch schon wieder. Glowful Mini Hydrating and Illuminating Primer. Es gibt von Spektrum mehr als nur Pinsel. Jetzt schreit wieder jeder. Ja, Irene, wie lange bist du bei YouTube? Ja, ich weiß. Also, ich habe da so ein kleines Typchen. Ich mache es jetzt nicht auf. Primer ist toll, aber ich habe halt im Moment noch von Cici den Primer in Anwendung. Das ist ein komplettes Spektrum-Set. Dark Matter Black Mascara. Unfassbar. Siehst du, das ist das, was ich meine, Liane. Ich hätte am liebsten jetzt nicht alles gezeigt, sondern immer dann für jeden verpassten Geburtstag und etc. Das würde ich dann am liebsten aufmachen. Hier so einen Zettel dran machen. So, Hydrating and Illuminating Mist ist auch immer super. Ich benutze ja mittlerweile wirklich immer, dass ich grundsätzlich hinterher nochmal so ein Gesichtsspray drauf mache. Einfach, weil das wie so ein super Setting auch gleichzeitig ist. Uh, 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 wobei der ist ja jetzt echt gold, ne? Wow! Guck das mal, wie das dann kommt da drüber. Ja, da könnt ihr das sehen, ne? Die Verwirbelung. Cool, oder? Mega! Aber der Glowful, der wird garantiert sehr, sehr viel Glow haben. Also da gehe ich mal von aus. Dann von Spectrum Wonder Sponge in Blue Pink. It's a Pinkie! Oh, der ist fest. Oh, der ist richtig fest. Och, da das Spektrumzeichen. Jetzt weiß ich ja, dass es ein Spektrumzeichen ist. Wie cool. Wie cool. So richtig da jetzt dran. Weil man irgendwie die Erwartung hat, dass die parfümiert sind. Oh, ein bisschen gebogen, aber dann rührt man den halt ein oder legt den in die andere Richtung. Dann kommt das wieder. Der Spektrum B08. Nein, wir haben gerade gelernt, wir ziehen den nicht. Obwohl, da ist es ja egal, ich könnte ja so reinschieben. Ist der hübsch. Guck mal, ist das nicht ein wunderschöner Farbton? Mega, wie kommt der am besten rüber? Mal gucken. Ja, so seht ihr das. Mega hübsch. Oh, schön. Der ist schön. Der ist schön, sehr schön. Der ist schön, sehr schön, sehr schön. Ach, wie cool, wie cool, wie cool. Wir machen dich aber jetzt nach oben. Vielleicht lag es nämlich daran. Und ich habe eine coole Tasche. Ja, einfach nur mega. Eigentlich müsste ich ja jetzt, wie gesagt, jetzt schon das Video beenden. Sagen, so, das war's, wunderbar. Jetzt kommt noch was mehr. Jetzt kommt noch was. So, machen wir aber wieder ordentlich zu. Dann das nächste Päckel. Ich bitte darum, dass du versuchst, den Inhalt zu erraten. Viel Glück. Also ich weiß ja nicht, ob du auch ein Essens eingepackt hast. Warte mal, stand auf der Karte, ist da auch was zu futtern drin? Na, das kommt alles heilig. Nee. Also ich würde ja jetzt fast drauf tippen, dass da was zu essen drin sein könnte. Das ist super für Mutter. Aber nee, da hatte ich ja da schon das Riesenpaket. Aber es klappt was da. Da ist was Sacklich drin. Also wenn es nicht gerade kaputt gegangen ist. Da rollt was hin und her. Ist das so ein Spiel, wo man so drücken muss, damit diese Bläschen da hochkommen? Was soll denn das sein? Also ich rate jetzt, es ist so ein Spieleding, wo man so drückt und dann müssen die Bläschen hochkommen. Oder es ist was zu futtern, was jetzt kaputt gegangen ist, weil ich so mache. Nein, ich erkenne es jetzt schon, es ist Wally & Whiz. Es ist Wally & Whiz. Ja, wie cool. Ich meine, ich habe jetzt von der Danni ja noch ganz viel im Adventskalender drin. Aber trotzdem, wie cool. Guck da, Wally & Whiz, das habe ich nur daran erkannt. Das konnte ich ja überhaupt nicht sehen. Wally, du bist Expertin. Sofort daran erkannt. 27 von den Flowpacks. Ach wie cool, wie schön. Oh, da sag ich schon wieder, wie schön. So, es ist ein wenig gequetscht. Deswegen muss ich gucken, wenn ich es rausbekomme. Eigentlich müsste man das nur so einfach schieben können. Aber das lässt sich gerade jetzt nicht so einfach. Jetzt haben wir es. Futter, Futter, Wally & Whiz-Futter. Leanne, ich weiß warum. Oh mein Gott, wie süß ist das bitte. Also, ich habe bei dem Auspacken von dem Kalender von... Oh, jetzt riecht es mich sofort eiskalt. So, falls wieder irgendjemand meint, so von wegen, hier, Anstellerei, da, Gänsehaut, Gänsepickelchen oder wie hieß das noch. So, also. Ich habe in dem Adventskalender von der Dani, den kann man wieder nachher befüllen. Und ich habe dann halt erzählt, dass ich mir dann halt irgendwann jetzt im Laufe des Jahres dann mal diese Nachfüllpacks holen möchte, damit ich dann zu Weihnachten die da wieder einfüllen kann und dann für mich halt als nächsten Kalender dann wieder benutzen kann. Jetzt 2,23. Und da Lianne immer zuhört, habe ich meinen Nachfüllpack. Das wiederum zeigt mir halt tatsächlich, dass es ein Abschied. Oh, nee, Gott, komm. So. Blöd, ne? Es ist blöd, ich weiß. Es geht dabei gar nicht darum, dass Lianne mir was zuschickt. Und ich glaube, ihr kennt mich auch, dass ihr wisst, wie ich das jetzt meine. Es hat einfach was mit Emotionen dann zu tun. Ich bin egal, komm. So, komm, weiter geht's. Ah, okay, Lianne, super, du hast es komplett gepackt. Geschafft. So, weiter geht's. Äh. Ja, toll, ein wenig Liebe. Also, ich gehe davon aus. Wir sagen ja immer alle, wer Asam verschenkt hat, einen lieb. Also wird da eine ganz große Duschgelflasche von Asam drin sein. Also, damit habe ich schon mal recht. Und jetzt gucken wir mal, es ist die Lovely-Shy-Duschgel. Es heißt ja dann, dass ich jetzt dann in der Badewanne, in der Badewanne, in der Dusche, aber an dich denke, Lianne. Och, Muck, Mensch, Leute, ich hatte heute so ein schönes Make-up. Och, Mann, alle, wartet mal, meine ganze Brille ist verschmiert, ich bin gleich wieder da. Weiter geht's. Also, ich werde dann immer fleißig beim Duschen an dich denken. Warte mal, ich habe mir extra einen Stuhl hier parat gelegt, um die Sachen da rein zu tun. Und extra einen Stuhl parat gelegt, um alles wegwerfen zu können an Papier. Und was mache ich, sammle es doch wieder alles auf den Tisch. So, nächstes. Kann man nie genug von haben. Noch mehr Pinsel? Wobei ich jetzt letztens gesagt habe, eigentlich habe ich mehr als genug Pinsel, aber man hat es einfach. Hast du auch einmal in China einen gekauft? Nee, würde das tun wir, glaube ich, nicht machen. So habe ich nämlich früher mal einen gekauft, an so billig wahre China. Und es gibt tatsächlich einen riesen Unterschied in der Qualität. Ich habe das Pech gehabt. Ich habe da so ein Set gehabt mit super Glitzy Glitzer. Was soll ich euch sagen? Das ist total ausgelaufen. Ich habe sie gar nicht benutzt, das hat gelegen. Aber es ist ausgelaufen. Also, was ich sagen wollte, man merkt halt schon eine Qualität. Aber trotzdem sehen die toll und fancy aus. Und ja, da kann man nie genug von haben. Guck mal, ich habe einen Blumenstrauß aus Pinseln. Ach, wie cool. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf Pinseln. Ja, das ist das China-Set. Die sind immer mit so viel. Ach, wie herrlich. Ach, wie schön. Ach, guck mal, mega. Die sind echt cool. Das kommt jetzt wahrscheinlich gar nicht so rüber für euch, ne? Doch, jetzt könnt ihr es sehen. Ganz, ganz viele Glitzy Glitzersteinten. Und von oben habt ihr auch so eine pink-schwarz-Färbung dann halt, ne? Ach, wie cool. Ja, super. Ja, kann man wirklich nie genug von haben. Ach, schön. Nächste Tasche. Sie meint sich liebe Taschen. Detlef kriegt schon immer die Krise. Und er sagt immer, wo willst du die alle noch hin tun? Ich sage, man kann nie genug haben. Und vor allen Dingen, guckt mal, es passt heute sogar. Ein Insider für dich und jeden aus deiner Mädels-Klicke. Ein Insider. Ein Insider für dich und jeden aus deiner Mädels-Klicke. Ich muss da mal eben ein Foto machen. Klick. Für dich und jeden aus deiner Mädels-Klicke. Mit der Mädels-Klicke meinst du jetzt die Katrin, Jeannie? Okay, warte, Insider. Gott, du passt hier nicht rein. Baby-Tintenfisch. Ich hab's doch gefragt, Baby. Ach, wie cool, wie cool. Und der bewegt. Leute, ja, das ist ein Insider. Leanne, oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt muss ich das sortiert kriegen. Also, der oder der ist dann für Antje. Katrin. Und Jeannie ist ja eigentlich eher Gold. Und ich nehm dann den Rest. Ah, ist das schön. Ah, herrlich. Ich love Ika. Kein Baby-Tintenfisch. Ah, oh Gott. Wer von euch... Pass auf. Genau, ich ergeb jetzt nicht die Erklärung. Mal gucken, wer sich dran erinnern kann, was es mit diesem Baby-Tintenfisch auf sich hat. Wie schön. Erst heulen, dann wieder lachen. Leute, ich krieg hier einen mittleren Herzinfarkt. Etwas für das neue Jahr, was ich sehr gerne mag, das wird dann ein Diary-Book sein. Mega. Weil ich bin so ein Typ, ich hab mindestens drei, vier Diary-Books. Leute, ich hab auch ein ganz tolles Tagebuch von einer Arbeitskollegin geschenkt bekommen, ja? Wo ich dann wirklich alles immer reinschreiben soll. Ja, ich fang auch immer an reinzuschreiben. Und irgendwie, irgendwann verpenne ich's dann doch wieder. Und dann suche ich dieses Buch. Und dann hab ich meistens irgendwie wieder noch ein anderes. Ich hab auch vier oder fünf Jahresplaner. Das ist natürlich noch wunderbar. Ja, auch das hat sie sich wieder so gemerkt. Jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe die Postkarten, Sprüchekarten und diese Tischkalender, wo Sprüche drauf sind. Steht bei mir oben auch im Flur. Und da wird immer jeden Morgen als erstes geguckt. Ich hab unten auf der Gästetoilette einen. Also wer hier schon bei mir war, der kann jetzt im Kommentar schreiben, ja, stimmt, steht in der Gästetoilette. Mach dein Jahr wunderbar. 2023 Wochen Kalender. Perfekt. Im Herzen, barfuß. Warum eigentlich nicht? Genau, warum eigentlich nicht? Dann, ähm, nicht vergessen, du bist großartig. Also ich zeig's dir euch jetzt nicht alle, aber hier hab ich noch mal so was. Dein Leben ist so bunt, wie du dich traust, es auszumalen. Finde ich auch toll. Was wär denn der Spruch jetzt für heute? Wir gucken doch mal. Januar. Ja, das passt. Also, ähm, wir haben ja jetzt den 29. für euch. Ja, ich kann es und dann ganz cool ganz klein unten drunter auch einfach mal sein lassen. Passt jetzt schon wieder perfekt. Es ist herrlich. Du kommst erst mal eben noch da. Hup, wieso stehst du denn jetzt nicht? Ach so, mal auseinander. So. Vielleicht lass ich ihn sogar da stehen. Ich muss mal gucken, obwohl das verwirrt dann immer mit dem Kalender, ne? So, hier noch was eingepacktes. Noch anlässlich deines Geburtstages. Schande auf mein Haupt. Nee, das verrate ich mir jetzt wirklich für meinen Geburtstag, die End. So. Zumindest ein Paket will ich hier für mich alleine noch auspacken dürfen. Mittlerweile besitzt du schon eines, seitdem du es in einem Video mit Gini erwähnt hast, aber hier in einer vielleicht schöneren Variante. Ein, ähm, Schaummacher. Hier, ähm, mh, aaaah! Wasser! Reiniger! Schaum, Schaum! Ach, Himmel! Ihr wisst, was ich meine. Dieser Pumper. Wo man dann halt dann nachher sein Reinigungsprodukt dann selber mitmacht. Ich zeig's euch einfach. Chin, Hing, Bei, Un, Hing. Könnt ihr das mit was anstanden, ne? Genau, ein Lurose-Gesichtsreiniger für Dusche, Bad, Shampoo. Genau! Uh, uh! Ob unbedingt schöner, weiß ich jetzt nicht, aber trotzdem praktisch. Er ist nämlich rosa, er spielt die, er ist aprikot. So, das ist das, was ich meine. Die Dinger sind mega praktisch. So hab ich ja den Satz, weil, ganz ehrlich, so einst lange halten diese, die, 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 ich da hab, ich weiß nicht, wie lange der hält. Ich bin ja auch nicht immer so ganz sanft, ne? So, also, wir haben hier noch drei Beutel jetzt. Wir fangen mit noch einer Tasche an. Ach, ihr lest es zuerst. Wie rum, warum? Ein paar Favoriten. Was sind denn deine Favoriten? Ja, ne, das sind meine Favoriten. Es ist Fix & Rouge. Gott, Leute, ich hab so viel Fix & Rouge, das krieg ich niemals aufgebraucht. Genau, Fix & Rouge, der Primer. Nummer zwei. Nummer drei. Die waren mal richtig teuer und in ganz vielen Boxen jetzt in letzter Zeit und, komisch, also kommen viele damit nicht zurecht. Ich mag diesen Primer aber unheimlich. Ich finde, da hab ich immer einen wunderschönen Glow mit. Die Haut ist gut versorgt. Ich liebe den. Oh ja, okay, Leute, Ohren zuhalten. Tief! Du dürft wieder hören. Ach ja, lange, lange ist es her. Das ist eine schöne Erinnerung. Klar hat mittlerweile Cici definitiv Ties abgelöst, ja. Und ich hab auch das auch jetzt schon in mehrfacher Ausführung. Aber find ich überhaupt nicht schlimm, weil, wie gesagt, ich liebe es, den Schrank aufzumachen, in die Sammlung reinzukommen. Ja, ich hab euch versprochen, ich zeig euch die Sammlung mal. Mach ich auch wirklich. Und das ist so eine Geschichte, da verbindet mich halt noch viel mit der Erinnerung an diese Anfangszeit hier vor anderthalb Jahren bei YouTube, weil da kannte kaum jemand Ties und ich bin halt immer ausgeflippt mit meinen Ties. Ja, und ja, weil ich halt das Packaging da immer so mochte. Von innen ist die hier zum Beispiel ganz einfach. Ich kann euch die auch sonst gerne einblenden, falls, ja, klar. Ich hab ja einen offen, den zeig ich euch dann. Ja, das ist eine schöne Erinnerung, ja. Dann This Works. Hast du die echt jetzt die ganze Zeit für mich gesammelt? Boah, meine Stimme geht wieder weg. Gut, dass ich so viel Busen hab und es noch auffangen konnte. Tja, aber... Schmerz weg. Da war nämlich noch ein zweites mit drin. Ich liebe von This Works das Deep Sleep Pillow Spray. Bei mir funktioniert es super. Ich weiß, mancher kann da nichts mit anfangen. Also ich hab wirklich für mich den Eindruck, ich schlafe dann besser, wenn ich das habe. Toll. Ach so, ich wollte gerade sagen, Weather and Down kenne ich nicht, aber es ist ein Pillow Spray. Wird ausprobiert. Wonach duftest du denn? Da kann ich jetzt so nachich riechen. Oh, das ist ein schöner Duft. Aber das ist doch eher Kamille-Lavendel, ne? Was steht denn da? Eine Infusion von, sag ich doch, Lavendel und Kamille. Essentie-Ölen. Sehr schön. So, und da ist noch was. Ja, das... Die ist tief wie ein Maske. Wirklich, Leute, wenn ihr eine schöne Maske möchtet, die die Augen komplett entspannt, eine wärmende Augenmaske, von Action, die günstige, die habe ich jetzt einmal ausprobiert, die ist auch gut. Überhaupt keine Frage. Im Vergleich zu dieser saugteuren, würde ich dann auch eher nach Action greifen. Aber trotzdem, das ist so tatsächlich mein Favorit. Das ist so schön. Wenn ihr jetzt... Ich habe gesagt, ich hatte gestern total Migräne. Da hätte ich die Maske echt gut gebrauchen können. Ja, Irene, hättest du das Paket mal vorher aufgemacht, dann hättest du auch gewusst, dass du da eine drin hast. Ja, und das ist das... Ach, die En-Kent nicht in- und auswendig. Also, was meinen Geschmack angeht. So, nächstes. Ach, ne, ach, entschuldigt, Leute, dahinter war noch einer versteckt. Tut mir leid. Ich habe es nicht gesehen. Da steht er. Nicht essbar, aber sehr cheesy. Es gibt eine Käse... Du hast mir schon mal so ein Käse-Stück, also so eine Palette. Was war denn das? Das war auf jeden Fall wie ein Käse gemacht. So eine Schminkpalette. Was war das? Ich könnte wetten, da ist irgendwas in der Richtung jetzt drin. Wisst ihr es schon? Sagt mal. Schreibt mal. Ja, Irene, wir wussten es schon. Was Käse ist. Wir wussten es. Wir wussten es. Hohoho, heiligsbleche. Ich habe die komplette Käse-Kollektion, glaube ich. Cheese and Friend Make-up von I Love Revolution. Guckt mal, da ist so ein lachendes Gesicht hier oben. So eine Maus drauf. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Die Maus mit ihrem Käse-Stück. Dann The Cheese Lip Balm. Aber genau aus der Kollektion war das sowas, Leanne. Ich mache das aber auch für euch jetzt mit auf. Aber die ist noch original zu, Leanne. Du hast doch noch gar nicht gesehen, was da drin ist. Da schickt das Mädel mir schon wieder Sachen, die die... Die die selber sich noch gar nicht angeguckt hat, wie er abgefahren ist denn das, bitte? Wie mega. Das fühlt sich irgendwie spooky an, wenn man so da drüber geht. Oh, es duftet herrlich. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwie so nach Käse. Ne, es riecht nach Erdbeere. Ganz toller Duft. Oh, ganz ehrlich, Leute. Das will man noch nie benutzen. Wie abgefahren ist das, bitteschön? Das hätte jetzt auch von Familie Perk sein können, ne? Die haben auch immer so verrückte Ideen. So, dann habe ich The Mini Cheese Shadow Palette. Ich muss unbedingt nachgucken, was du mir denn da geschickt hast. Es war irgendwie auch sowas mit dem Käse. So wie das, ne? Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich müsste jetzt nach oben flitzen, dann gucken, weil ich habe eine eigene Schublade Leanne. Ohne Joke. Ich habe eine eigene Leanne-Schublade. Bist du noch mal irgendwo zu? Ne. Von Luft her, guck mal. Klick, klick. Er geht es zurück. Es gibt so abgefahrene Sachen, das ist herrlich. Ja, Beauty kann Spaß machen, ne? So, dann The Cheese Highlighter. Zack, die komplette Kollektion. Unfassbar. Und Leanne weiß, dass ich ganz viele Sachen erstmal nicht benutze. Irgendwann ja, ne? Aber es schaut dann so aus. Ja, es sind sehr tolle. Also sehr tolle. Ich wollte nämlich wieder sehr schön sagen, aber nicht sehr schön sagen. Es sind gute Farben, glaube ich. So was, den testen wir doch jetzt mal eben. Das will ich jetzt direkt wissen. So, dann gucken wir mal. Ja. Ja. Ja, ihr seht den jetzt mehr, ne? Als den. Da müsste man dann, glaube ich, ein bisschen kräftiger drüber gehen, ja. Aber dann seht ihr das, wartet. Jetzt ja, ne? Guckt mal, da haben wir den Apricot Bronze Ton. Ja, weee. Ich krieg's nicht anders sehen, Leute. Dann haben wir das einfach hier. Dann haben wir die hier. Ein bisschen da, ein bisschen Highlighter noch da. Wie hat das jetzt funktioniert? Guckt ja, ne? Ja. Jo. Ich mache immer die Papstie manchmal wieder sauber. Also runter geht's zumindest nicht mehr. So. Packen wir ein. Hm, 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 hm. Ähm, mit Revolution, ähm, die I Love Revolution, ich meine bei Rossmann oder Pink Panda, waren die das, wo man die so gut herbekommt? The Big Cheese. Wow, das sind aber Farben mega. Damit sind wir wieder bei dem das Leben wird bunter. Das habe ich mir übrigens tatsächlich angewöhnt. So die Abonnenten, die am Anfang mit dabei waren, die wissen das noch. Ich war so absolut ein Nude-Typ, ne? Und mittlerweile rauke, wusch, glitzer, glitzer und kräftige Farben. Was hab ich denn heute drauf? Ja, das kommt jetzt gar nicht so kräftig, glaub ich, rüber. Doch so ein bisschen, ne? Also von daher, ich bin mich komplett am verändern, was Farben angeht. Ja, ich habe auch mal einen Nude-Tag, aber ich liebe es mir Farben ins Gesicht zu hauen. Also so schaut sie aus, halt wie ein richtig schönes Yummy Yummy Käse-Stück. Es sind tolle Farben, wirklich richtig tolle, tolle, tolle Farben. Ich gucke jetzt, in meinem Geiste gehe ich direkt schon durch, was ich damit schminken könnte. Auf die Mattentöne bin ich jetzt auch gespannt, wie die sind. Das Problem ist, dass viele von diesen I Love Revolution und Revolution-Produkten immer sehr stark gepresst sind. Und dann lassen die sich schwerer auftragen. Also da ist der Tipp von mir übrigens, geht einfach hin und spürt den Pinsel kurz ein. Dann geht das oftmals besser. Aber probiert es immer erst und testet euch aus. Das ist überhaupt das, was ich jedem empfehlen kann. Klar, jeder kann auch so... Jeder kann und sollte so sich schminken, wie er sich wohlfühlen, wie er es möchte. Und ich finde immer dieses, ja man muss sich so oder so schminken oder in dem ab 50 soll man sich nicht mehr mit Glow, ja. Ach Leute, macht doch das, wie ihr wollt, wie ihr lustig seid. Das ist euer Leben, ihr habt nur das eine Leben. Haut euch drauf, was ihr draufhauen möchtet oder nicht, wie auch immer. That's your life. Ja, hat kein anderer das Recht, darüber zu bestimmen oder zu sagen, wie ihr was zu machen habt. Wenn es ihm nicht passt, soll er weg gucken. Ja, ich habe auch lange gebraucht, um das zu erkennen. Ich habe auch für dieses Jahr mir mal vorgenommen, wer war ein bisschen egoistischer. Theoretisch super machbar. Praktisch reden wir ja immer noch über mich. So, nächster Beutel. So, schreibt mal. Wir sind jetzt glaube ich so bei 45 Minuten, keine Ahnung. Seid ihr noch dabei? Macht es noch Spaß? Oh Gott. Lien, ich breche mir meinen Nagel ab. Was hast du denn da? So. Hier ist es nicht. Hier ist vierfach, fünffach, sechsfach. Wann ist, waren denn die Taschen ausgegangen? Du, ich hätte da ein paar im Angebot. So. Ah, jetzt Maskenteil. Ja. Ach, ich war in letzter Zeit sehr großzügig mit Masken verschenken, muss ich sagen. Nicht nur für Verlosungen, sondern auch so, was ich total niedlich fand, so für meine Tochter und für Stiefkind von meiner Tochter oder für Niki. So, ein wenig aus der Drogerie und das, was immer geht. Okay, fangen wir damit an. Alverde, Lien. Ich hoffe, du bist mir nicht böse, aber den werde ich wahrscheinlich weitergeben. Golden Highlighter, vielleicht sogar an Genie, weil es Gold ist. Wenn das für dich in Ordnung ist nur. Also, du weißt, ich, ich, klar könnte ich den jetzt benutzen, der ist auch wunderschön. Aber, äh, ich, ich hab so viel mit Highlighter und du weißt ja, Alverde und ich, wir mögen uns nicht so ganz. Ach, von Eloy, den Blushment, ach ja. Den blende ich, den lass ich zu. Ich hab den nämlich, ich blende euch den ein, wie der aussieht. Aber schön, wirklich schön, tolle Farben. Ja, wie The Game Changer, ja. Ich mein, genau den, genau den mein ich, hätte ich auch. Hier, da hinten seht ihr die Beine. Aber wie gesagt, ich blende euch das ein. Dann, Mud Me, von Sleek. Der ist so oft weitergewandert. Aber, Lien, du hast vollkommen recht, wenn du jetzt sagst, liebes Irenchen, mittlerweile trägst du kräftige Lippenstifte. Also, hau dir den drauf. Dann machen wir das jetzt zusammen, Lien. Oder, beziehungsweise, ihr und ich. Ich denke, der wird dazu passen. Oh, der Geruch ist aber... Oh, ja. Alles ohne Spiegel. Wenn ich jetzt total bekloppt aussehe, brauch das jetzt auch nicht mehr schreiben. Weil ich seh's ja nicht. Also, das Video ist ja später. So, eben schnell sauber machen, weil ich einen anderen Lippenstift drauf hatte. Das mach ich immer, das ist noch immer so ein Tick von mir. Weil ich ja vorher einen anderen Lippenstift runter hatte. Schön die Zähnchen sauber machen. Hm. Hm. Fühlt sich gut an. Wird akzeptiert. Guck nachher, wie er abfärbt. Oder nicht abfärbt, hoffentlich. Ach, ja, da sind ganz viele Masken bei, Liebelein. Müssen wir gucken. Die Aloe-Vere-Maske. Das ist eine Crememaske. Du weißt ja, Creme ist nicht so sehr meins. Aber ich hab ja mittlerweile meinen Mann dazu gekriegt, dass der jetzt sonntags und Ende zusammen eine Me-Time macht. Und dann krieg ich der die draufgehauen. Genau wie die Aktiv-Creme-Kohle. Ich hab die letztens mal draufgemacht. Und prompt kriegte ich hier wie so ein paar Pickelchen. Wo ich dir, kann ja jetzt wohl nicht sein. Aber ist ja eigentlich genau richtig, dass der das rausholt. Genau wie hier, bevor da jemand denkt, aber ich hab mich gut kaschiert. Ich bin draußen bei Wind und Wetter Fahrrad gefahren. Keine gute Idee, weil ich mir auch immer über die Lippen gehe. Und prompt, Ding, alles aufgerissen. Feuchtigkeitsspendende Maske. Das ist aber auch wieder ein Creme. Ja. Kenn ich aber jetzt. Alverde. Ich hatte Dateigröße erreicht. So, Sisters in Me. Ganz üble Erinnerung. Ganz üble Erinnerung. Die Augenpads. Lianne, vielleicht wusstest du es nicht mehr. Und sie hat mir noch ein ganzes Set geschickt. Die gebe ich auf jeden Fall da weiter. Obwohl, wir müssen mal gucken. Das Problem ist, liebe Lianne, die sind mega. Also nein, die sind nicht mega. Es ist mega, dass du dir überlegt hast, mir damit eine Freude zu machen. Aber, ähm, guck mal in meiner Playlist. Ich hatte Sister in Me mal als zugeschickt bekommen. Und hab das zusammen sogar mit meiner Gruppe gemacht. Meiner Maskengruppe, die ich habe. Mit einigen Abonnentinnen. Und, äh, die hatten sich nämlich netterweise das dann damals alle nachbestellt. Und wir waren allesamt nicht wirklich zufrieden. Das ist tatsächlich so. Es waren eine oder zwei, die uns überzeugt hatten. Der Rest hat uns einfach nicht überzeugt. Deswegen. Also, ich hoffe, du bist mir da nicht böse. Obwohl, benutzen kann ich sie ja trotzdem mal. Allein, weil du sie mir geschickt hast. Genau. Allein, weil du sie mir geschickt hast, benutze ich sie dann doch noch mal. Dasselbe ist mit, ähm, diesen Heilerdentuchmasken. Ähm, egal ob Blue Voice oder Bullrich. Ich hatte da bisher nie so eine gute Erfahrung mit. Aber auf der anderen Seite sehe ich gerade, es steht bei beiden neu. Weißt du was? Das teste ich dann mal, ob sie jetzt besser sind als beim ersten Mal. Dafür ist es gerade sogar mega. Danke dir. Fällt mir jetzt gerade selber so auf, wo ich sage, einfach testen, ob die jetzt besser sind als beim letzten Mal. Super. Perfekt. Das ist echt super. Ja, und was total süß ist, die Balea Tuchmaske The Most Wonderful Time. Ist die nicht niedlich. Kommt mal. Wird es natürlich auch wieder ein Foto von geben, ob ich dann wirklich aussehe wie das Eichhörchen. Ja, ah, ah, da ist noch was. Von Lavera Endless Luscious Mascara mit pflanzlichen Keratin. Mascaren gehen auch immer. Ich habe jetzt eine Mascare gehabt, die hatte ich jetzt unbenutzt im Schrank. Ich habe jetzt zwei Jahre. Ich wollte die benutzen. Die rocht ganz komisch. Da habe ich gedacht, ich glaube, die ist nicht mehr wirklich gut. Ja. Super. Und jetzt kommen wir aber wirklich zum letzten Beutel. Windblows, river flows, walking in the air. Hm, da kommt ein Duft. Grüße aus Amerika. Das ist sowas ganz Besonderes. Das ist das, was ich meinte. Die enttraut sich das. Die bestellt aus Amerika. Die bestellt aus... Ach, ich kriege es nicht auf. Aus, was hatte ich eben gesagt? Aus England. Aus England, da traue ich mich jetzt seit dem Brexit nicht mehr. Da von einigen so Probleme gehört, die die dann mit dem Zoll hatten oder oder. Und... Ne, da bin ich dann wirklich, wie ich eben schon mal sagte, so ein Schisser. Ach Gott, komm raus. Und das ist im Grunde ärgerlich, weil es gibt so ganz tolle Boxen in Amerika. Beautyboxen, die mich echt reizen würden. Wobei, man muss echt aufpassen. Ich hatte auch eine Kooperationsanfrage bekommen. Von, Aseele, Beauty oder sowas. Ich habe da ein komisches Gefühl einfach bei gehabt. Ich habe das dann auch abgelehnt. Wobei es mich natürlich gereizt hätte. Das wäre nochmal wieder so eine Beautybox gewesen, à la Sisi, mit ganz vielen ungewöhnlichen, floralen Mustern, etc. Aber ich habe mich nicht getraut. Ich habe für mich mir vorgenommen, dieses Jahr mehr auf mein Bauchgefühl zu hören. Wenn mein Bauchgefühl mir dann sagt, lass die Finger davon, dann lasse ich auch lieber die Finger davon. So, ich habe ihn endlich aufbekommen. Ich habe eine kleine Schatzkiste. Ach, das ist schon mal ein Eikerspräutelchen? Ja, ah nee, das ist ein richtiger Kopf. Für, ah klar, created by travel. Wisst ihr, was das Tolle ist? Ich werde die Tasche wieder so verpacken, glaube ich. Und irgendwann zwischendurch wieder rausholen und mich dann nochmal neu freuen. Oh, so obsessed von Colourpop. Du hast mir jetzt hier nicht eine komplette Colourpop-Tasche gepackt, oder? Oh, guckt euch diesen Glitter an. Das ist zwar ein Bodyglitter, aber wer sagt, dass das nur auf dem Body muss? Immer gut, meine Augen hören ja auch zu meinem Body. Meine Güte. Lea, du hast jetzt nicht wirklich extra nur für mich da bestellt, weil du weißt, dass ich da nicht bestelle. Und so verrückt wärst du. Das will sich. Gott, guck euch den an. Kann ich den jetzt schon aufdrehen ohne? Guck, ne? Ja, Deckelchen ist drauf. Und das Duft. Oh, guck mal, ist das ein Glitzer? Ist das ein Glitzer, Glitzer, Glitzer Hammer. Kommt jetzt sogar nicht so rüber, ne? Das ist wirklich so richtig 1000 Goldpartikelchen. Dann Find Your Soul Vanille Vanille Dream Body Scrub und Body Creme. Wunderschönes Packaging, aber es ist Vanille! Ah, auch mit so einem Deckelchen, okay. Also, ne, wie ich euch gerade gesagt hab, äh, Body, was hab ich jetzt gesagt, was ist das? Body Scrub and Body Cream. Also hier das Scrub und da die Creme. Ja, wir müssen mal gucken, das ist Vanille. Ja, es ist Vanille. Es ist Vanille. Ja, auch super. Die haben so schöne Monos. Normalerweise bin ich kein Freund von Mono, aber Colourpop hat's da einfach mit drauf. Ich hab übrigens, fällt mir gerade ein, jetzt auch ein Colourpop drauf. Hier so dieses Glitter Glitti ist auch ein Colourpop. Wunderschöner Silberton. Richtig schön. Was sind das tolle Sachen? Die Farbe genau war Tessel Super Shock Shadow Ultra Glitter. Dann, ach nein, Reezus! Den hab ich mir sogar von Action mal mitgebracht. Den hatten die da, den Lip Balm. Ach, die Hokus-Pokus-Reihe! Oh nein! Oh, wie cool ist das bitte! Super Shock Shadow Trio. Oh Gott, ich seh das gar nicht in der Runde. Forever bewitching just to comprehend and to be young and beautiful again. Haha! Young and beautiful again! Wie cool ist das bitte gemacht? Wie cool ist das bitte gemacht? Guckt mal, ihr habt hier einmal das Auge. So, das Auge, den Totenkopf und den Mond. Also hier habt ihr Goldfarben, Kupferbronze und Lila. Und das ist vor allen Dingen so toll, weil ich hab ja jetzt im Moment angefangen, super viel Kupfer-Orange zu benutzen, Bronze, weil ihr mir geschrieben hattet, dass ihr das immer so toll findet, die Augenhöhlen dann so super damit leuchten bei mir. Oh Gott, und ich seh Paletten. Ich seh Paletten. Oh mein Gott, Lila. Colourpop Disney, so juicy. Von Lizzie McGuire, der Plumping Gloss. Hm. Ich benutze zwar weniger Lipgloss in der Art, aber es ist einfach mega, es ist ein Colourpop. Und hier, Like a Virgil Pressed Powder Palette to the tea Perfection Details and Workhouse. Das dürft ihr übrigens auch mal gerne schreiben, was von den ganzen Sachen jetzt hier so Colourpop-mäßig so oder auch die anderen Sachen habt ihr selber schon, kennt ihr, könnt ihr empfehlen oder mir einen Ratschlag geben, wie ich es benutzen soll. Also hier habt ihr diesen Quad, auch wunderschöne Farben. Die verware ich mir für nächstes Mal für ein Schminkie. So, machen wir mal ein Schminkie mit. Wobei, ha, Schminkie. Wir legen mal los, Leute. Ach nee, da unten ist noch ein kleines. Kleines. Und zwar Fresh Kiss Lip Cream. Leute, ich komme hier jetzt so ruhig rüber. Vielleicht sitzt ihr jetzt gerade zu Hause und denkt euch, die sind doch alle, die zeige ich dir ein Colourpop nach dem nächsten und einfach nur, oh, schön. Und nee, mhm, mhm. Wer mich lang genug kennt, weiß, ich bin gerade an diesem Punkt angekommen, wo ich eigentlich mit Auspacken beenden würde und wirklich sagen würde, ich mache nächstes Mal einen zweiten Teil, weil ich einfach so geflasht bin und voller Emotionen gerade bin. Dann werde ich ganz, ganz ruhig. Und das passiert jetzt gerade. Und ich muss halt mich wirklich sehr zurückhalten. Ich weiß, ihr sagt immer, ich brauche mich nicht zurückhalten. Am Anfang des Videos war ja schon genug Geplärre. Aber es ist einfach wirklich, es ist nicht so ein ich rassle jetzt dadurch. Absolut nicht. Aber ich weiß von euch halt, ihr möchtet das lieber in einem Teil und nicht in zweien. Egal wie lange es dann dauert. Und deswegen mache ich das halt jetzt tatsächlich so, dass ich da ich überlege gerade jetzt echt, oder mache ich es jetzt noch? Nee, Lien will ja auch meine Reaktion haben. Ich ziehe es jetzt durch. Also Color Pop Pop Fresh Kiss. Also ich sage, mir ist nur wichtig, nicht, dass ihr denkt, ich weiß, das hier gerade nicht zu würdigen oder arbeite das nur ab. Nein. Absolut nicht. Ich versuche wirklich einfach. Ich bin gerade wirklich von völlig überfordert wieder. Und ich weiß, dass jetzt hier noch so Mega-Paletten kommen. Und was ich gerade sehe, kommt da an der Seite noch mal was. Die Color Sticks. Oh nein. Die auch noch. Kennt ihr die? Ja, bestimmt. Ich habe da noch keine Erfahrung mitgemacht mit den Color Sticks. Ich habe die bisher immer nur bei verschiedenen Kolleginnen gesehen und gehört immer, wie begeistert die sind. Ich swatche euch die aber zumindest mal. Oh, guck mal, ihr tragt das ja auch. Und das ist so ein... Ihr braucht kaum was. Ich habe hier kaum gedrückt. Also Tipp für diejenigen, die die haben und noch nicht kennen, drückt bloß nicht feste da drauf. Ich denke, das wird so ein Champagner-Ton sein. Und da steht es doch warm-up. War der jetzt gerade? Der war Coffee Shop. Jetzt haben wir den warm-up. Der schaut dann so aus. Das ist ein wunderschöner Champagner-Glitzer-Ton. Und ich finde die so praktisch für unterwegs, wenn ich dann... Das hier ist jetzt übrigens hot stuff, um einfach mal eben ganz schnell nochmal schnell was auf den Augen drauf zu machen, wenn ich in der Schule bin. Sind das schöne Farben? Hier ist ein Liquid-Leiner. Guckt euch die Farben mal an. Wunderschöne Farben. Der ist grün. Aber ein Liquid-Leiner ist ja dann ein Eyeliner. Und ich benutze ja eigentlich keine Eyeliner. Wobei mir hat jetzt jemand den Tipp gegeben, ich soll die ja trotzdem mal nehmen und einfach dann dicker aufs Auge drauf hauen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Guckt mal, da ist so ein grüner. Ah, vorher schütteln. Da wird man auch wie so eine Kugel sein. Die Farbe ist aber schon der Knaller, ne? Ich versuche das einfach mal. Ich meine, jetzt zu dem jetzt nicht. Aber ich teste es tatsächlich mal. Also, ein Eyeliner würde ich nicht haben. Aber vielleicht, wie der andere sagte, haust du einfach dicker da drauf. So. Und jetzt kommen wir noch zu... Oh, drei Paletten. Und die letzte hier. Oh, mein Gott. So, Leute. No Made and Lago di Como. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die. Ich kenne sie halt jetzt gar nicht. Schaut aber schon mega aus. La Dolce Vita. Ich liebe es in Italien. Wir waren am Gardasee, wie viele ja auch. Aber mein Lieblingssee in Italien ist der Lago Maggiore. Wunderschönes Hotel. Wenn da jemand eine Empfehlung braucht, schreibt mich an. Ich habe ein tolles Hotel. Obwohl, wir waren zuletzt vor sechs Jahren da. Ich weiß nicht, ob es immer noch toll ist. Aber ihr braucht nur ein paar Stufen runtergehen. Seid ihr direkt am See. Wunderbar gemacht. Einzig die Parkplätze sind da im Chaos. Was ist denn das für eine tolle Palette? Was für tolle Maritime Farben. Mega. Oh, wie schön. Perfekt für meine grün-blau-Fasen, die ich zwischendurch auch habe. Und guck mal, da sind die Schiffe abgebildet. Und ist das eine Mega-Palette. Die werde ich swatchen, weil die werde ich definitiv testen. Also deswegen, wir legen mal los. Ist mir jetzt auch egal mit dem Zeitfaktor, ehrlich. Ist mir jetzt vollkommen Latte. Das ist dunkle. Das sind die drei. Guck. Oh, haben die eine Performance-Hilfe. So, dann gehen wir noch in den. Oh, oh. Letzchen Finger. Den Daumen haben wir noch frei. Den Daumen, den Daumen. Wir nehmen dafür noch in den Gold. Es ist ein Duokum. Nein. Seht ihr das? Weil der wirkte vorher so Champagnerfarben. Und jetzt, wenn ich drüber gehe, habe ich diese Changerung. Es ist ein Duokum. Ach, wie abgefahren. Sind da, boah, sind das Farben. Und die gibst du einfach mal wieder so ab. Unglaublich. Aber da war jetzt kein Plättchen zwischen, was ich jetzt nicht sehe. Wie, ich muss mir mal eben die Fingersäufe machen. Mega. Was soll ich euch sagen? Mit ganz viel Geschrubble ist trotzdem nicht runtergegangen. Ich brauche jetzt wieder mal meine CC Wundertücher. Die nehme ich mittlerweile immer, wenn ich wirklich gar nicht mehr weiterkomme. Und dann echt einen Cleaning Balm benutzen möchte. Dann nehme ich diese Tücher. Schade, dass es die H2 jetzt bei CC gibt, aber sindhaft teuer. So, weil da geht ihr wirklich nur einmal zack drüber und wegeselt. Also da sind die echt phänomenal gut. Guckt, da. Damit kriegt ihr wirklich alles weg. Aber sie sind halt, wie gesagt, unverschämt teuer. So. Dann geht es weiter. Die muss ich unbedingt auf meinem Short zeigen. Das ist ja hammermäßig die. Wahnsinn. Kann mich kaum irgendwie nochmal an so eine Performance erinnern. So, was habe ich jetzt hier? Die Colourpop Plush Like Me Priced Powder Palette. Die erinnert mich sehr. Ich hatte mal von der Nicole Villarine eine Colourpop bekommen. Romantic Romance, irgendwie sowas. War dann meine allererste Colourpop. Ja, die passt genau zu der Serie. Oh mein Gott, ist die schön. Könnt ihr das sehen? Dieser Samt, der so ein bisschen drüber geht? Oh, oh. Wow. Das ist wieder so eine Palette, die möchte man einfach nur fühlen. Sehr nude Farben, ja. Passt aber jetzt tatsächlich zu dem Packaging. Das ist mal eine, weil das Hass... Hasse ist der Falsche. Das mag ich manchmal nicht bei meinen heißgeliebten CC-Paletten. Von außen Packaging. Und dann machst du die auf und von denen so... Aber hier passt es tatsächlich. Na, ach Gott, es reflektiert jetzt sehr. Ja, das Licht ist gewandert. Ich wandere. Ja, ja. Ihr könnt es sehen. Sorry für die Spiegelung. Müsst ihr euch bei Colourpop beschweren. So geht's. Die werde ich jetzt nicht swatchen. Das verware ich mir für ein Schminkie. Ich denke, für so ein Herbstschminkie. Ich sehe gerade hier... Uh, die Depp hat was abgekriegt. Ja, du Depp, warum kriegst du auch was ab? Die Depp hat was abbekommen. So, mega. Gott, das sind so schöne Sachen. Wie sage ich immer, es sind so schöne Sachen, die mir Freude machen. Aber ich bin mir überfordert. Ich bin schlichtweg überfordert. So, jetzt kommen wir noch zu einem Highlight, wo ich keine Ahnung habe, wie die performt. Die gehört passend zu der Serie. Die ist ausverkauft, soweit ich weiß. Witching Hour. Mein Gott, guckt euch diesen Glitzer an. Das sieht aus, wie wenn ihr so Bastelsticker habt, die ihr da drauf geklebt habt. Das könnt ihr richtig so fühlen. Oh Gott, ist nicht schön. Ach so, ich setze mir die Deppel auf. Oh Gott, entschuldigt. So, wir sehen uns wieder. Nachricht, Belladonna hat was geschrieben. So, so. Wir schreiben so selten miteinander. Na, Claudia? Telefonieren so selten miteinander. Und immer so kurz. Ach, Leute. Witching Hour. Was fehlt da? Ich muss sie doch wieder runterziehen. 300 Jahre. All Hallows Eve. Noon is Round. Some on us. Under the Ground. Bubble, Bubble. Twist the Bones. Circle of Sword. Full Black as Black. Hello Billy. Live. Lift Potion. Green. Nude. Okay, dann gucken wir doch mal rein. Die ist doch so. Die ist einfach mega. So, guck mal. Glitzer Spiegel. Oh, den muss ich euch aber irgendwie jetzt zeigen, den Spiegel. Ich versuche, so gut es geht abzudecken. Aber guckt euch das, bevor ihr die Farben seht. Guckt mal mit dem Spiegel. Ist das nicht cool gemacht? Meine Herren. Oh, die Farben sind schön. Die Farben sind schön. Oh, ich weiß jetzt schon, der Glitzer wird Hammer werden. Der Glitzer da. Guckt mal, so seht ihr das nämlich. Guckt euch diesen Glanz an. Die werden reinhauen, das weiß ich. Mega. Kommt Leute, wird performt. Wir machen es sofort. Wir gehen da rein. Da rein. Da rein. Schön samtig weich. Ist ganz cremig. So, auch wenn Katrin immer sagt, du musst auch dann den Matt ausprobieren. Aber, aber ich will glitzern. Da haben wir sie. Und jetzt gucken wir, was es gibt. Na toll, über den Ellbogen. Das war jetzt intelligent. Ja, auch toll, definitiv. Aber haut nicht so rein wie die, ne? Aber es sind schöne Farben. Auf jeden Fall. Ja, das Grün ist auch ein toller Ton. Macht ihr mal hier nochmal so dazwischen. Und das, was ich auch schön finde, das mache ich manchmal gerne, wenn die dann mittlerweile eigentlich nicht mehr so einen Auftrag haben, dann macht ihr die nochmal dazwischen. Und guck mal, dann habt ihr einen richtig schönen neuen Farbton. Und ich liebe es zu mixen. Das mag ich auch sehr gerne. So wie jetzt hier, wenn ihr das habt. Und da geht ihr dann nochmal mit dem Lila drüber. Wow, sehr schön. So, wir machen wieder ab. Ich sag ja, das Tuch ist einfach der Knaller. Könnt ihr auch ewig benutzen. Also nicht ewig. Ich meine jetzt an einem und dem selben Tag. Egal wie viel ihr runternehmt, ihr könnt es immer noch wieder benutzen. Das ist einfach toll. Leute, wir haben es geschafft. Oder ich muss sagen, Leute, wir haben es geschafft. Ja, was gibt es jetzt für mich zu sagen? Ich denke mal, so die Schlussworte werden, wird sich jetzt nicht mehr unbedingt jeder anhören. Auch völlig in Ordnung. Vielleicht sind es auch mehr nur an Lien gerichtet. Beziehungsweise Lien muss ich selber dann auch natürlich wieder wie immer privat auch anstreben. Ich überlege gerade für diejenigen, die mal zwischendurch gesagt haben, ja, das ist doch zu viel, wenn es sowas gibt, etc. Deswegen hatte ich mir das zwischendurch schon mal angewöhnt, das aufzuteilen. Die Sachen, wenn ich von Lien ein Paket bekommen hatte. Weil es auch nicht immer bei jedem gut ankam. Viele auch dann geschrieben haben, das war denen zu viel, zu überdrüssig. Irgendwann reicht es. Es gab aber auch ganz viele, die positiv geschrieben haben. Dann gesagt haben, nee, wir fanden das mega, das die ganze Zeit so mit dir zu verfolgen. Ich weiß jetzt gerade auch noch nicht, ob ich es jetzt in einem durchgezogen habe oder tatsächlich zwei Videos gemacht habe. Ich muss gucken. Ich weiß es gerade noch nicht. Aber Tendenz ist eigentlich tatsächlich für eins, egal wie lange es dauert. Ja, ihr seht, ich ringe gerade jetzt nach Worten. Man kann zu diesem Paket nichts sagen, außer unglaublich, unfassbar, wunderschön. Ich habe ja noch meine Futter für Mutterbox, die wird es auch noch mal geben. Also die zeige ich dir aber nicht heute, wirklich nicht mehr. Die wird es in einem separaten Video noch mal geben. Und das mache ich für mich privat an meinem Geburtstag dieses Jahr auf. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt es genossen, mit mir zusammen die Anne's Pakete auszupacken. Wie gesagt, ich gehe jetzt mal momentan davon aus, dass es dann auch tatsächlich jetzt aufgrund ihrer Karte tatsächlich dann das letzte Mal war, dass es so dieses Paket gibt in dieser Art oder auch in einer kleineren Art oder auch nur in einer Tüte. Wie gesagt, alles gut. Ich bedanke mich für all die wunderbaren Momente, die Liane mir beschert hat und euch hoffentlich auch mit ihren wundervollen Paketen, mit ihrem genau Wissen, was mir gefällt und womit sie mir eine Freude macht. Ich danke dir, Liane, dass du mir am Anfang des Videos wieder mal einen totalen Heuflash-Moment beschert hast. Ja, also wenn es wirklich jetzt ein Abschluss gewesen sein sollte, ist es hoffentlich ein würdiger Abschluss. Ich werde sehr viel an dich denken, sei es beim Duschen, sei es Weihnachten mit dem Adventskalender befüllen oder mit ganz vielen Schminkis, die ich jetzt noch machen werde. Also wie gesagt, vielen, vielen Dank für alles. Und, oh Mist, ich schreibe dir jetzt lieber nochmal privat. Jetzt kommen wir zum Abschluss. Ach, jetzt ist es lächerlich. Ich weiß doch gar nicht, ob es so ist. Ha, ha, Leute, für euch ein Herzchen, für die Liane, ein ganz großes Herzchen. Und bis zum nächsten Mal.